hallo und willkommen zu einem neuen cgc canopy growth update ja letzte chance würde ich sagen hier für canopy growth in dieser fünften welle nach oben eine rallye hinzulegen die wir über die letzten tage verfolgt haben hier dieses dieses szenario ja und jetzt genau beim 50er retracement das war ja quasi wie auch im gestrigen video erläutert so die letzte chance damit dieses szenario eben ja sich ausspielt darunter müsste man eben davon ausgehen dass erst mal die wahrscheinlichkeit für ein ganz neues tief direkt auf direktem wege erhöht wird oder dass es sich um die alternative welle zwei handelt das habe ich im gestrigen video ganz genau erläutert wollen wir noch mal kurz auf die szenarien eingehen also erst mal ist ja noch so dass solange diese mikro unterstützungs zone hält und das waren ja hier die niveaus 8 64 wobei das eigentlich eine relativ schwache welle 4 gewesen wäre 7 22 wäre ideal gewesen das wäre gut wenn er da halt eine reaktion gezeigt hätte das 50er retracement ist auch noch akzeptabel da liegen wir bei 6 24 gestrigen video habe ich noch erwähnt wenn er jetzt hier er müsste halt jetzt hier um dieses szenario auf der mikro ebene noch auszuspielen ausspielen um dieses noch auszuspielen müsste er quasi genau da auch wenden ja er hat halt jetzt irgendwie 25 prozent gemacht seit dem tief oder so wir können das noch mal messen es natürlich was jetzt die prozente angeht ja sogar über 30 ist es natürlich erheblich aber den gesamten chart mal begutachtet ist es jetzt auch nicht so viel dass jetzt einfach mal eine reaktion auf eine unterstützungszone auf ein unterstützungsniveau welches ja auch bekannt war ja und ist ja auch so ein ganz typisches das 50er retracement jetzt müssen wir halt sehen ob er dann hier in der fünften welle nach oben zieht und das ist entweder die fünfte welle in der bullischen struktur wäre das die fünfte welle der 1 und in der sagen wir mal bärischen struktur ist es die fünfte welle der c wo habe ich sie denn eigentlich hier versteckt der c der welle 4 denn wie auch in den letzten videos erwähnt einmal wäre es eigentlich ideal wenn er wirklich noch an die 15 dollar 50 laufen würde ist natürlich nicht garantiert das muss er auch nicht unbedingt ja aber es wäre halt diese 100 prozent extension die halt genau bei 15 dollar 50 liegt es ist einfach eine ganz wichtige marke wenn wir davon ausgehen dass sich tatsächlich diese welle 4 hier noch entfaltet ja diese welle 4 rally und er kommt dann in der welle 5 noch mal runter dann wäre es trotzdem so dass da wir ja hier die welle a hatten das war eine dreiteilige bewegung nach oben hier im september letzten jahres dann die b welle die hat nach unten überschossen dann ist trotzdem so dass die c welle im idealfall halt die 100 prozent anläuft ist halt nicht garantiert weil einmal haben wir ja halten wir immer noch unterhalb dieser trendlinie die ist halt relevant und wenn er halt die 50 prozent da unten nicht hält die 6 oder 24 muss man davon ausgehen der geht auf direktem wege nach unten macht dann direkt das neue tief ja das ist halt so eine welle c es geht ja hier um wahrscheinlichkeiten eine welle c muss die 100 prozent nicht anlaufen bei 15 dollar 50 aber es wäre halt einfach ideal ich kann ja auch in der analyse nur nach idealen strukturen schauen die wahrscheinlichsten szenarien auf dem einen also im einen ja auf dem ja also die wahrscheinlichsten szenarien auf der einen seite so und dann können wir eben entsprechend die parameter definieren die dazu passen so und das eine szenario was jetzt halt diese eine bewegung nach oben noch erlaubt ist halt dann dass diese obere unterstützung halten muss das ist halt diese impuls bewegung die noch am laufen wäre so wir wissen aber auch da muss er aber jetzt auch wirklich von hier nach oben durchziehen und muss dieses tief halten wenn es jetzt noch mal um das unter das tief geht dann sieht es böse aus dann sollte er ja dann würde ich schon sagen dass er die 3,74 dann nochmal testen könnte wenn es da auch drunter geht kommt neues tief das sind ja so die drei niveaus über die wir gesprochen haben oder zwei niveaus im gestrigen video erst 6,24 wenn es da drunter geht die dann die 3,74 wenn er das auch nicht hält dann neues tief und man muss sowieso vorsicht walten lassen bei diesem titel weil das sind ja das ist jetzt die mikrostruktur man muss hier mikrostruktur trennen von der übergeordneten annahme die übergeordnete annahme ist immer noch erlaubt immer noch ein neues tief und zwar in der blauen struktur da das halt eine flat struktur sein kann sieht man aber nur auf dem logarithmischen chart wer den linearen chart nimmt sieht das eigentlich nicht sieht es nicht da kann man auch die unterwellen nicht gut zählen und da ist halt die das ist halt die problematik bei dem bei dem arithmetischen chart ja das sieht dann halt besser aus auf dem log chart deswegen nutze ich den auch gerade bei solchen titeln bei volatilen aktien sollte man eigentlich immer die logarithmische variante nehmen jo mal sehen ob er das jetzt schafft also die in dem die parameter sind jetzt halt bekannt ne da ist noch ein weiteres hoch eben quasi hier passiert dafür muss das letzte tief unbedingt halten ansonsten transformiert er in eine andere mikrostruktur jo das nur das kurze info ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist bitte ein like da lassen abo und einen kommentar jo und ansonsten schönen abend noch bis dann ciao ciao